Ein 0,2 Quadratmeter großer Vakuumgefriertrockenschrank mit einem Gewicht von 300 Kilogramm. Die Türen des Trockenschranks und der Kühlkammer sind aus transparentem Polymethylmetakrylat gefertigt, um den Prozess beobachten zu können. Mit zwei Einlegeböden ist er ideal für Forschungslabors und Pilotanlagen. Das Gefrierfach ist ein technischer Ansatz, der es ermöglicht, wasserhaltige Materialien im Voraus einzufrieren und das Wasser anschließend in einem Vakuum-Destillationsprozess zu verdampfen, um trockene Pulver herzustellen. Nach der Gefriertrocknung sind die Produkte besser für eine langfristige Lagerung geeignet. Wenn im Laufe der Zeit Wasser hinzugefügt wird, kann das Produkt in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren und seine ursprünglichen chemischen und biologischen Eigenschaften beibehalten. Für thermisches Material wie Antibiotika, Impfstoffe, Blutprodukte, Enzymhormone und biologische Produkte kann die Gefriertrocknungstechnologie ihre Überlegenheit gegenüber der Ultraschalltrocknung unter Beweis stellen. Kompletter Service für Installation, Schulung, Inbetriebnahme und Reparatur. Menü und Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch entspricht den Standards von JMP. Guten Tag, mein Name ist Roman Zybulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung Minipress.ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen. Eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt. Meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu helfen.